Hallo und willkommen zum zehnten und letzten Kapitel in unserem Kurs. Zuerst gratulieren wir Ihnen ganz herzlich. Sie sind drangeblieben und haben sich im Laufe dieses Kurses eine fundierte Basis im Bereich der Programmierung erarbeitet. Damit sind Sie schon sehr gut ausgerüstet, um verschiedenste Aufgabenstellungen selbst mit dem Werkzeug der Programmierung kreativ zu lösen. Sie haben im Laufe dieses Kurses gelernt, wie Sie Variablen und verschiedene Datentypen wirkungsvoll einsetzen. Sie haben mit den Gangsten Kontrollstrukturen, den Verzweigungen und Schleifen, auch bereits Entscheidungen und Wiederholungen im Programmverhalten realisiert. Sie wissen, wie Programmcode leserlich gestaltet, mit Funktionen strukturiert und dokumentiert werden kann. Außerdem haben Sie gelernt, dass sich manchmal ein Perspektivenwechsel lohnt, um bestimmte Problemstellungen effizienter lösen zu können. Auch wenn Sie damit schon eine sehr gute Basis erlernt haben, ist das erst der Einstieg in die Programmierung. In diesem abschließenden Video unseres Kurses wollen wir Sie daher mit ein paar Denkanstößen anregen, wohin Ihre ganz persönliche Entdeckungsreise in der Welt der Programmierung als nächstes gehen könnte. Zuerst einmal gibt es im Processing selbst noch viel zu entdecken, vor allem für alle, die sich im Bereich der grafischen Programmierung und der Animation vertiefen möchten. Neben 2D-Grafiken und 2D-Animationen, wie wir sie im Kurs bereits programmiert haben, können mit Processing auch dreidimensionale Szenen und Spiele programmiert werden. Mit Processing kann man auch Bilder laden und bearbeiten. Auch wenn es viele Bildbearbeitungs-Tools gibt, kann man mit Hilfe der Programmierung seine ganz eigenen individuellen Bildfilter erstellen oder bekannte Anwendungen nachprogrammieren, um ihre Funktionsweise besser zu verstehen und effizient auf Bilder anzuwenden. Ein Blick über den Horizont von Processing hinaus kann in eine weitere, noch größere Welt einer anderen Programmiersprache führen. Wie Sie im ersten Kapitel gehört haben, gibt es neben Processing viele weitere Programmiersprachen. Alle haben Sie verschiedene Ausrichtungen und daraus resultierende Stärken und Schwächen, betreffend deren Eignung bzw. Einsatz für bestimmte Aufgabenstellungen. Eine Stärke von Processing liegt im schnellen Programmieren grafischer Aufgabenstellungen. Kleine künstlerische Projekte können damit in kurzer Zeit programmiert werden, so wie das Kunstwerkebeispiel, unser Pac-Man-Spiel oder andere Animationen. Daher eignet sich die Sprache auch besonders als Einstieg in die Programmierung. Aufgrund der leicht erzeugbaren Grafiken, Animationen und Benutzerinteraktionen macht es Spaß, dran zu bleiben und noch mehr zu entdecken. Allerdings ist Processing nicht zu mächtig im Punkt der Ausführungsgeschwindigkeit oder Rechengenauigkeit. Besonders bei komplexen oder zeitkritischen Aufgaben, großen Programmen oder Applikationen stößt man mit Processing an seine Grenzen. Ähnlich wie man in der realen Welt mit mehr Menschen kommunizieren kann, je mehr Sprachen man spricht, ist es auch mit den Programmiersprachen. Wenn Sie mehr als nur eine Programmiersprache beherrschen, können Sie noch vielfältigere und größere Aufgabenstellungen flexibel und effizient lösen. Wer mit Processing in die Welt der Programmierung eingestiegen ist, für den ist es nur mehr einen Katzensprung zur Welt der Java-Programmierung. Denn Processing baut auf der Programmiersprache Java auf. Daher ist die Syntax der beiden Programmiersprachen sehr ähnlich, was das Erlernen von Java im Vergleich zu anderen Programmiersprachen wesentlich vereinfacht. Dadurch, dass Java auf einer tieferen Abstraktionsebene als Processing arbeitet, sind manche Aufgaben zwar detaillierter und daher aufwändiger in der Umsetzung, aber wir Programmierinnen und Programmierer haben damit mehr Kontrolle und Flexibilität bei der Lösungsfindung. Das Endprodukt kann so viel spezifischer und individueller von einem selbst angepasst werden. Außerdem ist Java eine der am weitesten verbreiteten und häufig eingesetzten und gesuchten Programmiersprachen. Besonders häufig wird Java zum Entwickeln von Android-Apps verwendet. Aber auch im Internet, auf Webseiten, die Berechnungen, Anmeldungen oder Spiele und dergleichen durchführen müssen, ist sie aufzufinden. Aufgrund seiner Plattformunabhängigkeit ist der Einsatz von Java aber auch bei Desktop-Anwendungen keine Seltenheit. Beispielsweise wurde das berühmte Computerspiel Minecraft anfangs komplett in Java programmiert. Nicht zuletzt setzen viele Universitäten und Fachhochschulen in MINT-Studiengängen vor allem Informatik Java als Programmiersprache ein. Sie haben im Kapitel 9 gesehen, dass man mit unterschiedlichen Denkweisen wie der Rekursion manche Probleme effizienter und eleganter lösen kann. Ein weiteres Konzept, um Probleme effizienter und eleganter zu lösen, ist die objektorientierte Programmierung. Eines der am weitesten verbreiteten und bedeutendsten Programmierkonzepte unserer Zeit. Die Grundidee bei der objektorientierten Programmierung ist es, einen Blickwinkel wie in der realen Welt zu verwenden, nämlich Dinge als Objekte zu sehen. Zum Beispiel ein Auto, ein Haus, ein Restaurant oder ein Buch. Aber auch Personen oder Tiere, ein Pac-Man und ein Geist können in der Programmierung als Objekte aufgefasst werden. Jedes solche Objekt hat nun bestimmte Eigenschaften. Zum Beispiel im Fall von Pac-Man eine Größe, eine Bewegungsgeschwindigkeit oder eine Farbe. Bei einem Hund könnten es zum Beispiel der Name, die Rasse, das Geschlecht oder die Fellnäge sein. Außerdem hat ein Objekt ein Verhalten. Der Pac-Man kann sich zum Beispiel in vier Richtungen bewegen und seinen Mund öffnen und schließen. Der Geist hingegen hat das Verhalten, das er dem Pac-Man nachjagt. Ein Hund wiederum kann unter anderem bellen, etwas fressen oder mit dem Schwanzwedeln. Und schließlich können Objekte auch aus anderen Objekten bestehen. Ein Auto beispielsweise besteht aus einer Karosserie und vier Rädern. Jedes der vier Räder wiederum besteht aus einer Felge und dem Reifen. In der objektorientierten Programmierung besteht ein Programm aus Objekten, die gewisse Eigenschaften und bestimmtes Verhalten haben und dabei mit anderen Objekten interagieren. Durch dieses Konzept der Objektorientierung ist es ein leichtes, die Funktionalität von Programmen zu erweitern und sie für neue Anforderungen oder Aufgabenstellungen anzupassen. Processing ist eine von vielen Programmiersprachen, die dieses mächtige Konzept der objektorientierten Programmierung unterstützt. Und Java schließlich ist eine objektorientierte Sprache, in der es nicht einmal mehr möglich ist, ohne Objekte zu arbeiten. Auch wenn es Programmieranfängerinnen und Programmieranfängern am Anfang vielleicht nicht bewusst ist. Die Objektorientierung können Sie sowohl in Processing als auch in Java und anderen Programmiersprachen verwenden. In Java sind jedoch die Möglichkeiten noch viel breiter gefächert als im Processing. Auf welchen dieser interessanten Bereiche Sie sich auch als nächstes konzentrieren? Mit Programmieren, mit Processing haben Sie den ersten und damit den wichtigsten Schritt gemacht. Sie sind in die Welt der Programmierung eingetaucht und haben sich eine solide Basis an Wissen und Erfahrung rund um die grundlegenden Programmierkonzepte erarbeitet. Damit Sie im Anschluss an diesem Kurs gleich dranbleiben und Ihr Wissen im Bereich der Programmierung vertiefen und erweitern können, finden Sie in den Unterlagen von Kapitel 10 weiterführende Links zu Materialien, Tutorials und Online-Kursen für die grafische Programmierung mit Processing, die objektorientierte Programmierung und das Programmieren in Java. Aber ganz egal für welches Themenfeld Sie sich entscheiden und wohin Ihr Weg Sie in der Welt der Programmierung führt, bleiben Sie stets neugierig und gehen Sie weiterhin mit Freude ans Programmieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal.